Was ist da? Eine Eule, oder? Wir finden ja irgendein Tier, das ist bescheinlich. Der Riese ist nicht da, aber kommt irgendwann wieder abtreiben. Auf einmal aus. Äh, dadadadada. Hä? Ah, ich kann mich hier hinlegen. Aha. Wesenstiel? Hm, versuch mal. Geht nicht. Okay. Mann, jetzt kann ich spielen. Ohohohoho. Spusti. Ich kenn's auch. Hm, und jetzt kommt die Sonnenstrahlung direkt an. Oh nein. Der Arme tropft. Hä? Zeig mal einen Fünf-Ohr-Rang. Ja, was machen wir denn? Ich versuch grad, kann ich da nicht durchgehen? Sonst kann ich da auch mal weg. Schieb! Ach so. Geh durch. Ja, das versuch ich ja, aber will mich nicht auflassen. Ah, da oben. Äh. Jetzt bist du gefallen. Ich geh nach Hause. Oh Mann. Ah, das ist so... Alles baut auf dich. Ja, und das stimmt mir, dass ich bin zwar nicht gebaut. Mit den Linkshin-Liebspiegeln. Du kannst auch der große Bruder sein. Nein! Was hast du gegen den großen Bruder? Äh, so. Nicht so cool wie ich. Oh no. So, was mach ich denn vorge... Was machst du dann? Hast du vielleicht... Muss ich mich an der verzeichen? Ja, ja. Ist ja schon gut. Ich reiß dir jetzt die Beine. Hä? Okay. Jetzt! Geh! Zum Glück bleibt der Käfig jetzt oben. Oh, vielleicht fliegen wir ja jetzt mit dem. Mhm. Ich glaube aber eher, dass gleich der Rissi kommt oder so. Was ist das überhaupt für ein Ding? Mhm. Doch. Ja, wir haben greifen nicht Löwenkopf. Nein. Und auch wir fliegen, guck. Und der Rissi wirft uns da mit Stein. Psch. Oh! 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 Jetzt ist ich tot! Oh! Oh ich... Nein, das hat sich für uns geopfert. Die nehmen wir mit. Ich finde das so arg, dort ist die Riesenburg, wo ein Riese drin wohnt, aber die Umgebung, also Bäume, Sträucher und Pflanzen sind aber in unserer Größe. Ah, warum nicht? Oh, Flashback-Video. Damals, als ich mit meinem Papa angeln war, haben wir darüber geredet. Was ich mit Papa machte als meine Mutter. Wir sind direkt danach angeln gegangen, um uns zu feiern. Kannst du mir was sagen? Nein, nein, nein. Nein, ich will auch Schokolade. Nein, nein, nein. So. Hier müssen wir... Hi, wieso mache ich nichts mehr? Weh, das Ding geht jetzt auch kaputt. Nein, nein, nein. So, so, so. So, so. So, so. Und jetzt ist der Riese. Da ist der Riese. Wo? Oh, der ist aber tot. Oh! Da sind ganz viele Riesen tot. Warum zeigst du mir so was? Weil das ein Teil unserer Geschichte ist. Na, was. Nein! Doch, der Kampf der Riesen. Was und das... Was? Das ist das ein Leichenberg aus Riesen? Ja. Okay. Das wollten wir nicht sehen. Ach, das wollten wir. Kein Spiel für Kinder. Aber wie viel Jahr haben Sie das Spiel? Ab drei. Ach so, ab 30. Gewalt kann man nie früh genug lernen. Okay. Ja, ich setz mich hier. Du wirst ein Foto machen, direkt neben den Riesen. Machen wir ein Selfie. Stinke Füsse. Wie geht das? Ich glaube, wir sind auf dem Fuß. Nein, ich glaube, wir müssen den Weg weiter. Was? Wir müssen die Hand wegschieben. Aber das ist ekelig. Ja, hilf mal. Ich will nicht. Das ist so eklig. Du hast nur eine Hand. Ja, und jetzt geht nicht mehr. Das ist so eklig. Oh, ein Schwert. Wie lang sind die denn schon tot? Noch nicht so lang zu gucken. Ja, aber die sehen schon so... ...so lang tot aus. Ach so, du kannst nicht schwimmen. Ja, weißt du, das kam halt her. Ich meine, mal diese Leute, die nicht schwimmen können. Ich gehe dann... Ja. Sieh, siehst du, als bist du ja gleich nicht mehr so... ...denn, wenn ich nicht so fett und würde dann Astro unterziehen, kannst du nicht hochkommen. Äh, äh, äh. Äh, zum Glück, das ist so schwer. Toll! Ich bin so schwer, ich komm nicht mehr an. Toll! Ich bin so schwer, ich komm nicht mehr an. Okay. So, dann bricht der nicht an. Hey, jetzt können wir beide nach oben. Ja, ich weiß auch nicht, woran das liegt. Dass es hin und wieder geht, dann geht's wieder nicht. Vielleicht ist es einfach ein Bug. Hm. Hm. Ah, okay. Pass sie nicht an, das ist ne Leiche. Ja, wir müssen uns doch rüberschwingen. So, und erst... Was mache ich damit? Ah! Ich bin frei. Oh, ne, ich glaub rüberschwingen. Kannst du nicht nochmal der Taste drücken drüber? Auf die Leiche? Nein, geht nicht. Ah. Ich geh nicht auf die Leiche. Warte, ich geh mal hin. Du musst... Du musst... Okay. Oh, okay. Oh mein Gott. Wir sollten sie alle begraben. Haben wir halt. Ganz nett. Ah, ist schon wieder ein Verbruder da. Komm, wir waschen uns mal. Oh man, wir müssen jetzt gleich wieder ne Leiche bearbeiten. Da! Ich fasse nicht an. Ja, die sind eh noch nicht verwest. Die sind ganz frisch. Toll! Guck, jetzt kann ich wieder nicht nach links. Jetzt warte halt auf deinen großen Bruder, ja? Oh mein Gott, wir müssen... Oh oh, die Axt hackt auf dem anderen dann den Fuß ab. Wieso? Das will ich nicht. Das ist kein Spiel für Kinder. Und kein Spiel für Mietzüß. Sie ist doch süß. Ja, voll süß. Dieses knuffige Blut, was ihr wünscht. Oh mein Gott, wir haben einem grad das Bein abgehackt. Finde ich jetzt persönlich nicht so schlimm. Und dann... Stell dir vor, wir hätten müssen ein Auge rausholen und durch den Auge... Augehöhle gegen den Körper hineingehen. Sei ruhig... Nein, das will ich nicht weiterdenken. Und dann durch den Mond raus wieder. Mann, jetzt reicht's. Sonst müssen wir das wirklich noch machen. Das wäre ja voll lustig. Oh nein, das ist eine Ambus. Oh ja, wir müssen jetzt wieder jemanden drücken. Ja, die sind doch schon Toro. Wir sind voll gemein. Wir spielen noch mit ihren Leichen. Wart da, hier hoch. Ah, okay. Ah, wir müssen dann vielleicht hier mal wieder runter. Ja. Hä? Wir müssen ja da dann nach links weiter. Warum wird die Ambus ziehen, damit es so ein Loch... Damit wir durchgehen können. Wow. Aber hinten ist so ein Ding ins... Ah, wir müssen das nach hinten ziehen. Ja, wir müssen spannen und dann... Und ich darf dann schießen. Oh mein Gott. Wir schießen auf einen Riesen. Ah! Feuer! Der war in der Hand. Oh mein Gott. Warum ist das jetzt nicht mit dem Auge gekommen? Das wäre so cool. Oh mein Gott. Du darfst das nicht sehen. Warte, ich muss dir die Augen ziehen. Oh, naiv! Ja! Oh da, guck nicht hin. Was ist das jetzt? Dafür darf ich jetzt drücken. Uuuuuh. Nein, ich muss das machen. Deine Lunge ist zu klein. Das ist mich. Das ist unfair. Siehst du? Ha! Ruf der Riesen. Freigeschaltet. Heißt das, wir haben jetzt die Riesen gerufen? Keine Ahnung. Ach so, dann. Ah ja, aber dann sind wir ja wieder hier. Ach so, wir haben den ja jetzt weggetötet. Hm. Und jetzt... Können wir wen runterlaufen? Ich fass den nicht an. Ich geh auch aus der Rüstung. Oder, ne. Leider können wir doch nicht runterlaufen. Also... ...die wäre cool gewesen, wenn wir jetzt ein Auge ab vorrein gehen hätten können. Nein. Das ist nicht cool. Doch. Ich glaube, wir müssen doch den ganzen Körper gehen. Ich geh immer rein. Okay. Äh. 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 Geht das weiter. Das ist nur jetzt vieler Blut. Ja, ich glaube, das ist gebluten rot. Ja. Das tanzende Riesen. Taka-taka. Boom. Taka-taka-taka. Oh. Äh. Ja, die beten das Blut. Igget. Ach so, Igget. Ich gehst das auf keinen Fall. Ein bisschen Blut. Toll. Das waren keine Adeligen. Kein blaues Blut. Toll. Man sieht unsere Fußspuren. Warte, ich muss sie verschleiern. Hier in der Ecke. Oh. Ich klopf's da nicht an. Ich mach mich doch nicht zum Affen. Ja, und was ist, wenn's so'n Erfolg ist? Klopf an jedem Topf, den du siehst. Einer Marsch. Oh, wir sind wieder saugen. Ey, ich werde gewaschen. Das ging schnell. Sogar die Kleidung ist total sauber. Ja, und schon wieder getrocknet. Das ist... Einer Marsch. Versehen. Das ist dich. Oh nein, wer ist das? Oh nein, ich muss sie befreien. Das ist aber nicht unsere Mama. Nein, aber wir müssen sie tropfen. Nein, dann befreie ich die nicht. Ich kenn die ja gar nicht. Das ist die. Kuftihafti. Tic-Tac. Tic-Tac. Oh no, no. Oh 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 no. Wie wollen die die auch holen? Achso, mit Sperren rein. Hm. Und dann ins Blut trinken. So. Und dann auch abfließen. Runter. Wir müssen sie aufmuten. Ja, wir gehen erst nach Hause. Oh, Schnee. Yeah. Ist mal noch Schnee. Und jetzt? Es ging wieder hoch. Was meinst du? Können wir hier was machen? Ja, geh hier hoch. Was machst du denn? Du machst dich dreckig. Guck mal. Wir müssen, wir müssen das da machen. Und dann können wir sie verjagen. Das ist da? Ja, siehst du die? Ich cool, cool. Aber du musst, du geh mal ins Blut rein vorher und mach dich gut dir. Jetzt machen wir das. Was bringt das? Wir verjagen sie. Wir sind da drauf des Blutkreis. Jetzt musst du gehen. Achso. wachst! Oh du wachst, du wachst, du wachst hier zu mir geräuschen. Wo gehe ich jetzt einfach mitten durch? Oh, sie blütten los an! Und jetzt? Filmsequenz! Lauft! Sie haben den Braten gerochen! Ah, sauber, sauber, ja. Zum Glück ist überall ein Wasser frei, wenn man überhaupt kommt. Wo das Blut aus den Vulkane spitzt. So, die krieg ich aber heute ins Bett. Nein, krieg sie nicht. Doch, ich bin der große Bruder. Ich hab die Jungfrau gerade gerettet. Meine Idee. Ja, und? Der, der die Ideen hat, kriegt nie das, das Vulnerar. Die Belohnung. Wir müssen da hin. Oh, ich weiß, wo das ist. Das ist unten. Und im Wasser. Und... Ich weiß es doch nicht. So. Wir nehmen erstmal ein... Ich dachte, wir nehmen das hier jetzt mit. Wollen wir keinen Ruder? Nein, 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 nein. Vorher wird wieder klein. Hier, geh weg. Ich will. So. Jetzt komm her. Die Frau rudert natürlich nicht. So. Sexistisches Spiel. Ah, du musst lenken. Rudern. 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 Boom. Ah, nicht gegen die Steine. Das ist Eis. Ja, aber... Wohin müssen wir her? Gerade. Du musst rudern. Ja, und du kannst... Warte, jetzt muss ich rudern. Wir müssen gemeinsam. Ja, aber wir lenken, indem wir rudern. Also hör auf zu rudern. Gehen wir weiter oder gehen wir hier raus? Nein, wir fahren weiter. Wasser. Oh, das Wasser ist aber echt voll schön abonniert. Ja, Wasser. Ja, ist jetzt hier mal besser als in Assassin's Creed Unity. Warte, ich muss... Jetzt gehst du. Was war das? Die Riesen werden gerufen. Oder sie rufen Krieger, die uns abfangen sollen. Oh mein Gott, da ist was im Wasser. Oh oh. Da ist eine so komische... Uah, was, was, was war das? Ich würde sagen, wir gehen nach rechts. Nein. Ich würde sagen, wir gucken, was das war. Wir gehen nach rechts. Ja, jetzt ist schon zu spät. Volle Kraft voraus. Ah, lass mich rudern. Volle Kraft voraus. Ah! Ah! Bruder! Oh mein Gott! Bruder, schnell! Ja, Bruder, was das sagt. Volle Kraft voraus. Los, los, los. Ach, das ist das Gapte. Der wird uns innen. Trotzdem, wir müssen volle Kraft voraus. Nein. Ich mach' ja schon. Gib Gas. Ich mach' ja schon. Wir haben's geschafft. Nein. Nein. Ja. Mann. Was glauben wir nur? Jetzt kommt ein Blatt von uns an. Was siehst du da vorne, die Knoten? Das sieht schwer danach aus, dass hier auch einfach... Wir gehen nicht zu den Knoten. Siehst du's? Eigentlich ja. Ach, das ist nur ein... Zahnstehung. Ja. Du musst mehr durch die Knotenburg fahren. Was? Ja, siehst du doch mal. Vom Feiner! Vom Feiner! Vom Feiner! Vom Feiner! Ja, wir haben jetzt gefördert, wir sind in dem Knotenpanzer. Wo muss denn das da? Ja, kriegen wir jetzt die Melonen? Ja, kann man ja schon aufsteigen. Ah, sie macht auch mal was. Okay, Fußsporn! Oh mein Gott, das Eis! Da rutschen wir halt nicht. Okay, wir rutschen nicht. Ah! Das bewegt sich! Ah, ich rutsche weg! Ich auch! Nervig! Ja, und es trennt eine Eisscheule. Warum kann ich nicht überhüpfen? Weiß ich nicht. Bist du da? Okay! Spaß im Schnee! Ja. Ah, ich rutsche weg! Ah! Noch eine Knochen rum! Und gar nicht mehr Einsicht durch die... Ey, aber mal ein Spiel ohne Items einsammeln! Finden sie wahrscheinlich nur nicht. Nein, nein. Oh, eine Babyship. Da müssen sie retten. Füllen wir sie um. Was? Ja, fass sie mal an. Ja, will ich ja. Warum lässt du mich hin? Mach nix. Na, dann zieh ich die halt. Mann. Ich guck halt zu. Ey, er hinterlässt keine Sporen. Hör, da ist noch einer. Ah, du hast dir dein eigener geholt. Oh mein Gott, können wir auf den runterrutschen? Ist das so jetzt? Ich war zuerst da. Ui. Und jetzt? Ich dachte, dass wir einen Erfolg kriegen, weil wir so super sind. Ja, vielleicht ist noch nicht vorbei. Oder doch? Ja. Oh. Nein, das ist selbstverständlich. Tuch. Wieso willst du für selbstverständlich jetzt auch meinen Erfolg? Was ich nett finde. Was? Achtung. Oh nein, klettern. Achtung. Ah, ich bin schon da oben. Wooo. Eingeschneidete Arbeiter. Ah! Guck mal, die so mitten beim Arbeiten. Die haben so langsam gearbeitet, dass sie... Oder der Winter ist so schnell gekommen. So, es wurde plötzlich Winter, wie in der Nachricht immer, dass sie steht. Der plätzliche Winter einfach. Ich glaube, wir werden irgendwas machen müssen, damit der Schnee aufhört und alles schmilzt oder so. Let it go, let it go, can you hold it back anymore? Wir speichern jetzt erstmal...